Hallo, ich möchte Ihnen heute unsere GoCali Slotka Datenbank vorstellen. In dieser Datenbank finden Sie alle Fahrzeuge und Sets der letzten 16 Jahre, die Carrera-Systeme Digital 1 zu 24, 1 zu 32, 1 zu 43 und Carrera Go Plus. Zudem finden Sie die Carrera-Katalogen-Folder. Außerdem hält die GoCali Slotka Datenbank Bedienungsanleitungen für das Zubehör der Systeme Carrera Digital 1 zu 24, 1 zu 32, 1 zu 43 und der Carrera Go, Carrera Go Plus bereit. Nun möchte ich Ihnen einmal kurz die wichtigsten Funktionen der GoCali Slotka Datenbank vorstellen. Es gibt eine umfangreiche Funktion, von der ich Ihnen nun ein paar vorstellen möchte. Nehmen wir mal an, Sie möchten ein Fahrzeug der Carrera Digital 1 zu 32 finden. Dafür klicken Sie auf Neue Suche. Nun öffnet sich der Reiter Fahrzeuge. In diesem sehen Sie die Funktionen der Suchmaske. Als Beispiel suchen wir ein Digital 1 zu 32 Fahrzeug mit der Bestellnummer 30 766, und zwar den Lamborghini Huracan GT3. Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, dieses Fahrzeug zu finden. Die einfachste Möglichkeit ist die Eingabe der Bestellnummer in das Feld Bestellnummer. Anschließend klicken Sie auf Fahrzeug suchen. Nun erscheint das von Ihnen gewünschte Fahrzeug. Sie wissen jedoch die Bestellnummer nicht genau? Dann klicken Sie auf Zurück und löschen Sie die falsche Bestellnummer. Nun wählen Sie im Feld System Carrera Digital 1 zu 32 aus. Sie wissen, dass es sich um eine Neuheit aus dem Jahr 2016 handelt. Dann wählen Sie im Feld Jahr 2016 aus. Wenn Sie jetzt auf das Feld Fahrzeug suchen klicken, erscheinen alle Fahrzeuge der Digital 1 zu 32, die 2016 auf den Markt kamen. Nun eine Erklärung zur Volltextsuche. Als erstes klicken Sie auf Zurück. Nun können Sie in das Feld Bezeichnung den Namen des Autos, in unserem Fall Lamborghini Huracan GT3, einfügen. Nun klicken Sie wieder auf Fahrzeug suchen. Jetzt erscheinen die beiden Lamborghinis aus dem Jahr 2016. Als nächstes suchen wir ein Digital 1 zu 43 Komplettset. Dafür klicken wir auf Neu Suche und wählen den Reiter Sets aus. Nun sind wir in der Suchmaske für die Komplettsets. Diese ist ähnlich aufgebaut wie die Suchmaske der Fahrzeuge. Wir suchen das Komplettset Karriere Digital 1 zu 43 DTM Speed Challenge mit der Nummer 40032. Dafür gehen wir folgendermaßen vor. Wir geben die Bestellnummer ein, klicken auf Set suchen und haben das von uns gewünschte Set gefunden. Nun wieder eine Erklärung zur Volltextsuche. Wir klicken auf Zurück, wir löschen die Bestellnummer, wir wählen das Jahr 2016, wir wählen im System Karriere Digital 1 zu 43 und geben den Namen Speed Challenge ein. Nun klicken wir auf Set suchen und es erscheint das gewünschte Komplettset. Jetzt haben wir das Set gefunden und können auch auf die dazugehörige Bedienungs- und Aufbauanleitung zurückgreifen. Wir klicken auf das PDF. In der Slotka Datenbank finden Sie auch die Bedienungsanleitungen der Zubehörteile der verschiedenen Karriere-Systeme. Dafür klicken wir auf Neue Suche. Wir bleiben auf dem Reiter Sets. Im Suchfeld Systeme finden wir die verschiedenen Rubriken. Von Sets über Zubehör bis zu Kataloge. Nehmen wir jetzt einmal an, Sie suchen die Aufbau- und Bedienungsanleitung des Loopings im Maßstab 1 zu 43. Diesen können Sie zum Beispiel über das Zubehör Ihrer jeweiligen Bahn, zum Beispiel Karriere Go, finden. Sie klicken auf Karriere Go und nun auf Plus Zubehör. Jetzt klicken Sie auf Sets suchen. Nun sehen Sie alle verfügbaren Zubehörteile. Wir suchen den Looping. Also klicken wir auf Looping. Jetzt sehen wir unter dem Punkt Anleitung das PDF-Symbol und klicken darauf. Nun öffnet sich die Bedienungsanleitung, die Sie natürlich speichern oder auch gerne ausdrucken können. Wenn wir das PDF schließen, können wir auf die Startseite zurückkehren. Dies ist unser Tutorial für die GoKali SlotK Datenbank. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Nutzung.